Heute für euch, wie Narcissa Malfoy alle täuschte. Das und mehr, jetzt in diesem Video. In diesem Video haben wir ein ganz spezielles, aber doch sehr interessantes Thema. Wir sprechen heute über Narcissa Malfoy, ihre Familie, Voldemort und wie sich Narcissa Malfoy Voldemort widersetzte und damit alle täuschte. Ich finde Narcissa Malfoy ist ein sehr unterschätzter Charakter, der wirklich extrem gut geschrieben wurde und bestimmte Charaktereigenschaften aufweist, die eine Geschichte braucht, um gut zu sein. Und wo wir schon bei guten Geschichten sind, hier ist eine Geschichte nach wahrer Begebenheit. Und es geht um das neue Hogwarts Legacy Spiel, welches sich bei Instant Gaming um fast 30% reduziert ergattern konnte. Bei Instant Gaming bekommt ihr die meisten Spiele, die ihr euch sonst woanders kaufen würdet, einfach günstiger. Momentan gibt es passend dazu ein Gewinnspiel, bei dem ihr ein Spiel eurer Wahl von Instant Gaming gewinnen könnt. Dafür klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Nun lasst uns aber direkt mit dem Video starten. Ich werde euch erklären, wie Narcissa die perfekte Rolle in der Geschichte spielte. Fangen wir mit ihrer Kindheit und ihrer Familie an. Narcissa Malfoy stammte aus einer sehr reinbütigen und angesehenen Familie, der Familie Black. Diese Familie setzte sich sehr für ihre Meinung ein, dass die Blutlinie reingehalten werden muss und das ging so weit, dass bestimmte Familienmitglieder enteignet oder verbannt wurden, wenn sie sich nicht an das Familienerbe hielten. Narcissas Eltern setzten ihre Ideologien sehr stark durch und zusammen wurde sie mit ihren beiden Schwestern Andromeda und Bellatrix im uralten Hause Black geboren. Und ihnen wurde eingetrichtert, die Blutlinie reinzuhalten und fortzuführen. Wenn sie nicht gehorchten oder der Ideologie zustimmen, würden sie aus dem Hause verbannt werden. Es wird von ihnen allen erwartet, dass sie in eine reinbütige Familie mit ähnlicher Statur einheiraten und die Tradition der reinbütigen Gesellschaft einhalten. Andromeda Black heiratete den Muggelgeborenen Ted Tongs und sie wurde wie erwartet von ihren Eltern verstoßen. Aber wenigstens liebte sie ihn und heiratete ihn glücklich und zufrieden, auch wenn sie ihre Familie dabei verlor. Bellatrix war da anders. Sie heiratete Rudolfus Lestrange, ein Mann, den sie nicht liebte. Es hatte mehr eine Nutzfunktion, ihn zu heiraten, um ihre Familientradition fortzuführen und ihre Eltern glücklich zu machen. Narcissa hat es als einzige der drei geschafft, es allen recht zu machen. Sich selber, weil sie Lucius Malfoy wirklich liebte und ihrer Familie, weil die Familie Malfoy eine der angesehensten reinbütigen Familien in der Zaubererwelt war. Sie wollte keinen Mann heiraten, den sie nicht liebte und sie wollte auch keinen Muggelgeborenen oder Halblut heiraten. Das war nicht gerade einfach für sie, einen Mann zu finden, aber sie fand ihn schließlich. Vielleicht denkst du, dass es doch einfach wäre, aber wie wir an ihren beiden Schwestern sehen können, ist es das nicht gerade. Sie fand also ihren Mann Lucius und sie bekam einen gemeinsamen Sohn, Draco Malfoy. Narcissa wollte eines am allermeisten. Sie wollte ihre Familie beschützen und einige Sachen an Voldemort gefielen ihr einfach gar nicht. Zum Beispiel, dass er ihre Familie bedrohte. Aber versteht mich nicht falsch, Narcissa Malfoy war nicht gegen alles, was die Todesser taten und tat das nur, weil sie Lucius unterstützen wollte. Oh nein, sie war schon eine richtige Reinblutsverfechterin und vertrat den Glauben ihrer Familie, dass die Zaubererwelt durch Zauberer und Hexen Reinblutes wiederhergestellt werden muss. Aber Narcissa blieb immer in der perfekten Position. Sie wurde nie wirklich zu einer Todesserin, hat nie das dunkle Mal auf ihrem Arm gehabt, aber was klar ist, ist, dass sie in den inneren Kreis aufgenommen wurde. Was höchst ungewöhnlich ist, wenn man bedenkt, dass sie gar keine Todesserin ist. Voldemort verlangt immer irgendeine Form von Loyalität oder Bindung, aber als ich über die Situation nachgedacht habe, war es nicht die Loyalität von Narcissa, die Voldemort brauchte, sondern eigentlich nur ihre Anwesenheit. Und das kam durch die unerschütterliche Loyalität ihres Ehemannes zustande. Lucius wusste nur zu gut, dass seine Frau ein volles Risiko für ihn darstellen würde, sollte er jemals daran denken, Voldemort zu verraten. Dies machte ihn auch sehr unruhig bei Kämpfen. Narcissa machte Voldemort klar, dass sie auf seiner Seite sind, aber sie war auch nicht wirklich böse. Sie saß im Grunde auf der perfekten Position zwischen beiden Seiten und wartete auf den Moment, in dem sich das Gleichgewicht verschob. Narcissa hatte nie eine Drohung hinter sich, nach Asgaban zu gehen, aber sie war immer an Lucius' Seite. Selbst als er nach Asgaban ging, wurde nichts mit ihr gemacht, weil sie war ja offiziell kein Teil von all dem, sie war kein Todesser. Dracos Sicherheit war das Wichtigste auf der Welt für sie und sie sorgte sich viel zu sehr um ihre Familie, um sie untergehen zu sehen. Sie wusste, dass Severus Snape die einzige Person war, an die sie sich wenden konnte, um ihr bei Dracos Auftrag zu helfen, Albus Dumbledore zu ermorden. Sie ging zu Snape, da er so ziemlich die einzige Person war, die eine enge Bindung zu ihrem Mann Lucius Malfoy hatte, die in dem Film quasi nicht vorhanden ist, bzw. gezeigt wird, was wirklich schade ist, wenn ihr mich fragt. Falls jemand von euch jemals die Filme gesehen hat und sich gefragt hat, warum Snape nie so hart zu Draco war, wie zu den anderen Schülern in Hogwarts, habe ich jetzt die Antwort für dich. Es war wegen Lucius Malfoy, denn er hat sich um Snape während ihrer Hogwarts-Schulzeit gut gekümmert. Er war älter und hieß Snape in Slytherin willkommen und nahm ihn dort auf. Narcissa wusste, dass sie sich nur an Snape wenden konnte. Narcissa überzeugte sogar Bellatrix, mit ihr zu Snape zu kommen, um ihn zu überzeugen. Aufgrund Bellatrix Hingabe und Loyalität gegenüber Lord Voldemort, wissen wir, dass Bellatrix Voldemort mehr bedeutete als ihre Familie. Ihr konnte man also nicht vertrauen. Bellatrix vertraute Snape auch nicht und glaubte, er sei illoyal zu Lord Voldemort. Deshalb schlug sie den unbrechbaren Schwur vor. Damit stellte sie sicher, dass entweder die größte Bedrohung ihres Meisters, Albus Dumbledore, verstummen würde, oder ihre Zweifel an Severus Snape wahr waren. Dass Snape ein Verräter war und tot umfiel, wenn er zögerte, und so trug sie dazu bei, Lord Voldemort zu helfen. Und da haben wir es. Das ist ihr Motiv. Narcissa wollte die Sicherheit für Draco ihren Sohn gewährleisten. Sie wusste, dass Draco vorerst in Sicherheit war, aber sie wusste auch, dass nichts garantiert war. In bestimmten Punkten schied Narcissa aus dem Team Voldemort aus und das war gefährlich. Ihr Moment, um das Gleichgewicht zu verschieben, kam schließlich, als Harry Potter den dunklen Lord im verbotenen Wald traf. Der Junge kam, um zu sterben. Er leistete keinen Widerstand und wurde von Lord Voldemort mit dem tödlichen Fluch überlegt. Voldemort setzte seine ganze Macht ein, um ihn zu töten. Als Bellatrix Schwester Narcissa nach dem Jungen sehen wollte, überschritt sie den Punkt, an dem es kein Zurück mehr gab. Wenn sie ihre Rolle nicht tadellos spielte, war sie so gut wie tot. Narcissa dachte nach und gab Voldemort die Information, dass Harry tot sei, obwohl er in Wirklichkeit noch am Leben war. Sie tauschte ihre Loyalität zu Voldemort gegen die Information über das Wohlergehen ihres Sohnes. Sie war fertig und Harry wusste das auch. Narcissa wusste, dass ihre Hilfe für Harry nicht unbemerkt bleiben würde und auch nicht vor dem Ministerium. Harrys moralische Faser würde es ihm nicht erlauben, diese Information für sich zu behalten. Und als man sehen konnte, wie die Familie Malfoy sich nach diesem Ereignis nicht mehr an der Schlacht von Hogwarts beteiligte, war das mehr als genug Beweis dafür, dass sie, ihr Ehemann und ihr Sohn die Todesser verließen und die Loyalität gewechselt haben. Viele von uns wissen, dass das Justizsystem des Ministeriums so mangelhaft ist, dass es an Peinlichkeit grenzt. Die vergangenen Ereignisse haben gezeigt, dass die Beamten des Ministeriums so verzweifelt versuchten, die Täter zu finden, dass sie jeden Deal eingehen, um sie zu bekommen. Wie zum Beispiel Igor Karkaroff. Er verriegt Todesser und wurde nach seiner Verurteilung auf freien Fuß gesetzt. Dieser Mann hatte Murgelgeborene gefoltert und höchstwahrscheinlich Menschen getötet und wurde dann auch noch Direktor einer Schule. Ja, bitte geben Sie dem Zaubereiministerium gerne die besondere Medaille der Intelligenz für diese geniale Entscheidung. Was ich damit sagen will, ist, dass Narzissa sich nur zu gut bewusst war, dass ihre Bemühungen wenig bis gar nicht bestraft werden würden. Sie hatte dafür gesorgt, indem sie Harry half und so gewann sogar Harry ein wenig Respekt vor ihr. Ihr Sohn und Ehemann waren in Sicherheit. Sie kamen alle frei und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Aber es ist nicht so, dass sie nicht ihre Meinung und Reingüter vertreten wollte. Sie waren nur nicht mehr für Lord Voldemort und seine Drohungen. Ihre Entscheidung hatte einen positiven Effekt auf sie und ihre Familie und sie lernte aus früheren Erfahrungen, wie man mit bestimmten Situationen umzugehen hat. Als Draco darauf bestand, dass sein Kind nicht so erzogen werden sollte, wie er erzogen wurde, nämlich offensichtlich als ein Reinbüter, fanden das Narzissa und Lucius natürlich nicht so gut. Ich finde, dass Narzissa einfach durch die gesamte Harry Potter Saga sehr clever war, aber mehr noch durch den Krieg seit Voldemorts Rückkehr und danach. Da war sie am effektivsten. Sie schien immer die Entscheidung, die sie traf, zu kontrollieren, selbst wenn sie wusste, dass sie sehr schwierig waren. Sie muss Angst davor gehabt haben, zu Snape zu gehen, aber sie wusste, dass sie es tun musste. Sie muss Angst davor gehabt haben, Voldemort anzulügen, aber sie wusste auch, dass sie es tun musste. Sie zeigte auch, dass die Liebe einer Mutter die stärkste Liebe ist, egal auf welcher Seite du stehst und wer deine Loyalität hat. Narzissa hat alle getäuscht. Ihre Eltern, den dunklen Lord, die Beamten des Ministeriums und viele andere. Sie spielte das perfekte Spiel. Ein riskantes Spiel, aber am Ende hat sie gewonnen. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.